Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es wieder ein BG Live Commentary hier in der Arati-Schlucht. Ich spiele natürlich meinen Disziplin-Priestler, ich habe ja auch keinen anderen Charakter auf Level 60. Und ich spiele mit dem neuen Legendary Harmonie der Sphären, um einen kürzeren Cooldown zu haben auf Segen der Aufgestiegenen. Und ja, mal schauen, wie es wird. Okay, einer geht wohl Mine. Jetzt hieß es eben, die meisten sollen Schmiede gehen. Mal gucken. Allianz-BGs sind immer, ja, schwierig. Manchmal. Okay. Geht jetzt auch? Ich glaube, das sind zu wenig jetzt für die Schmiede. Wobei, da kommen auch noch welche. Mal sehen. Vielleicht Turtle gezogen. Okay, nice. Hm. The fuck, hat er denn gerade gewonshottet? What the hell, hat ihr das gesehen? Ach ja, ähm... Ihr müsst mein Interface hier... Ja, okay, der verpisst sich. Ihr müsst mein Interface entschuldigen. Das ist nicht für Raid-Gruppen... Das ist nicht für Raid-Gruppen... ...eingestellt. Ich sag's euch. Diese Demon Hunter. Okay, der stirbt. Bubble wegnehmen vom Parler. Was? Die haben die Stelle? Come on. The hell? Ah. Dann geh ich mal rüber zu den Stellen. Ich hoffe, dass jetzt nicht jeder von der Schmiede weggeht. Scheiße. Nee, ich geh wieder zurück. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Cooldown ziehen. Yes, okay. Dann versuche ich jetzt wieder... ...Stall zu kriegen. 30.000. Come on. Okay. Ja, der stirbt easy. Nice. Schmiede noch. Okay. Oha. Ich glaube, da ist gerade ein Hordler... Ja, wobei, da sind einige ein Schmiede. Hm. Komm, wir gehen dem Dudu hinterher. Vielleicht werden wir jetzt noch das Segelwerk kriegen. Das wäre witzig. Hm. Ist das nur einer? Den sollten wir killen können. Was ist wieder geheilt gerade? Okay. Wusch. Ah ja. Okay, gehen wir mit auf den Heiler. Ah. Okay, okay. Wir gehen wieder. Okay, das war eine blöde Idee. Aber eigentlich ist es auch gar nicht so schlecht. Wir haben gerade viele Leute von der Horde zum Segelwerk gekriegt. Dadurch sind die anderen Basen schon mal sicher gewesen in der Zeit. Wir greifen wieder den Hof an, ey. Warte mal. Mine. Da ist doch... Der ist Mine, ne? Ja. Mine ist irgendwas los. Dann gehe ich da mal hin. Scheint ein Schurke zu sein, so wie es aussieht. Oder er hat ihn schon gekillt. Hm. Stelle Inc. Oh ja, da sind einige, so wie es... Mine. Dann gehe ich wieder zurück. Ja, ich gehe wieder zurück. Der ist nämlich alleine da bei der Mine. Oh. Oh. Ah, shit. Oh. Ah, shit. oh come on demon hunter noch und da drüben steht auch noch jemand okay das gleich tot perfekt perfekt schmiede inc ist ja noch nicht viel an der schmiede dann gehe ich dort mal hin das sieht man selten in art ja also falls ihr heute spielt dass die allianz hier vier basen hat das kommt nicht so oft vor und ich habe wieder mein bursty bursty ready wo 10.000 nice hoho Jäger, 50.000 Lehm. Hier helfen wir doch gern. Zack. Und wir haben immer noch alle vier Basen. Ja, das... Das ist ein Easy Win, würde ich sagen. Da wird jetzt auch nicht mehr viel passieren. Ja, Leute, dann bedanke ich mich an dieser Stelle schon mal fürs Zusehen. Danke fürs Reinschalten. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr mehr WoW-Content sehen möchtet. Ich habe PvP-Videos, Guides, Mountguides, Petguides, alles Mögliche. Schaut gerne mal rein. Und... Ich hätte auch mal wieder Lust zu streamen. Komm, wir killen den hier. Ach, come on. Renn nicht weg. Ho, ho, ho. Okay, ja, das war's. Also, danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haben auch ganz guten Damage gemacht hier als Heiler. Kann sich sehen lassen. Also, bye bye.